Oh, Freunde! Heute müssen wir den Mörder überleben zusammen mit Odi und es geht schon los! Oh, wer wird der Mörder, Braxie? Ich hoffe, ich nicht. Oh, Glück gehabt! Jetzt müssen wir schleunigst verschwinden, Odi. Du hast recht, Braxie. Oh, schau mal, wie gruselig der aussieht! Oh nein, er sieht aus wie ein Huhn. Das ist ein Huhnmörder! Hier bist du, bleib bei mir, bleib bei mir in meiner Nähe! Mann, wir müssen Sachen hier einsammeln. Hier, hier ist was. Hast du es eingesammelt? Ja. Okay, wir müssen aufpassen. Der ist nämlich gefährlich. Ja, denkst du? Mhm, wir haben fünf Minuten Zeit. Wir müssen richtig lange überleben. Hier ist noch ein Pferd. Da ist er! Er kommt, er kommt! Oh, er ist hinter mir, Odi! Nein, er hat mich! Oh nein, Odi! Oh, mich auch! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Komm schon, Leute! Einer muss mir helfen! Mir auch, bitte! Wie boppt jemand? Ich glaube, nur wir zwei waren hier, Braxie! Mann, wie kam der denn direkt zu uns? Das ist voll unfair! Hier muss doch irgendwo einer sein! Hey, hier rechts war einer gerade! Wirklich? Ja, hier in der Höhle! Hilfe! Hilfe! Mann, er wurde auch erledigt da oben! Ich komme da nicht mal hoch! Oh Mann, ey! Ich bin tot! Der Mörder ist viel zu stark! Nein! Mann, der Mörder hat uns besiegt! Odi, wo bist du? Oh Mann, ey! Ich bin wieder hier am Start! Ich auch! Naja, Freunde, ihr habt jetzt das Spiel verstanden! Odi und ich müssen nämlich den Mörder entkommen! Und versuchen, so lange wie möglich zu überleben! Und dabei müssen wir ganz viele Gegenstände einsammeln! Stimmt's, Odi? Genau, Braxie! Geh mal zum Shop hier! Kann man was kaufen? Ich hab 400 Münzen! Hm... Oh, schau dir mal die ganzen Mörder an, die du dir kaufen kannst! Oh, voll gruselig! Ich kann mir ein Schwert kaufen, aber ich glaub... Warte mal, das kostet 800! Ich hab nur 400! Ich kauf mir das lila Schwert! Oh Mann, gibt's ein gelbes Schwert? Warte mal! Es gibt kein gelbes Schwert, nur dieses Goldgradmesserschwert! Gar nicht! Ja, mein Noon! Gelb ist meine Lieblingsfarbe! Odi, was ist da? Guck mal! Wie cool! Das hast du, glaub ich, auch, Braxie! Das ist so ein OP-Schwert, was wir mal bekommen haben! Wirklich? Stimmt! Hier! Schau mal! Wir müssen das benutzen! Das ist ein OP-Schwert! Oh, wie cool! Jetzt hab ich auch was gelbes! Haha! Odi, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist natürlich lila! Und rate, was meine ist? Blau? Hä? Odi, rate ordentlich! Was ist meine Farbe? Natürlich gelb, du blöd Mann! Richtig! Meine Lieblingsfarbe ist gelb! Leute, was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Schreibt es mir unten mal in die Kommentare! Das ist echt voll spannend! Aber gleich müssen wir in zwei Minuten den Mörder entkommen, Odi! Setz dich hin! Ich hab ne Geschichte zu erzählen! Hä? Ich seh den Mörder, Braxie! Lass ihn mal zugucken! Oh nein, er läuft hier hinterher! Oh, oh! Oh, er hat sie hier! Oh, Mann! Oh, kein Überlebender mehr! Er hat alle gefangen, Odi! Wir haben verloren einfach! Egal! In 35 Sekunden geht's wieder los! Und dann werden wir uns verstecken vor dem Mörder! Ja, genau, Braxie! Sehr gut! Odi, der Mörder wird ausgewählt! Ich hoffe, nicht ich! Oh, Glück gehabt! Nicht ich! Sieht der Mörder aus! Ich hab Angst, Braxie, vor dem Mörder! Es ist ein Horrorclown! Oh nein, der Horrorclown schon wieder! Oh, verflucht, Odi! Der verfolgt uns überall hin, der Blödmann! Wo bist du, Odi? Wo bist du? Ich bin im Keller! Im Keller? Ich bin irgendwo oben! Oh, hier ist ne Spitzhacke! Die kann ich mitnehmen! Und dann geh ich hier durch! Hier, da bist du! Okay! Wie können wir eigentlich schleichen, Odi? So! Und wie hast du das gemacht? Mit Schiff! Oh! Ich dachte gerade, dass sie das hier da ist! Lass uns mal raus! Da liegt einer auf dem Boden! Ich glaube, wir jetzt sind... Da liegt einer, Braxie! Wir müssen ihn retten! Bist du sicher, dass wir ihn retten wollen? Na klar, wir müssen doch ihn retten, weil sonst retten die uns auch! Okay, komm! Wir sind nämlich gute Leute! Es wird rot, Odi! Es wird rot! Oh, oh! Okay, das wird nicht mehr rot! Wo ist der hin? Wurde etwa schon gerettet? Kann sein! Hey, na? Wer bist du? Schau mal, ich hab ne Energiespule bekommen! Wo bist du denn? Hier, hinter dir! Guck mal hier! Wie cool! Nimm das mal! Okay! Das müssen wir irgendwo hinbringen, damit wir Licht anmachen können! Bist du sicher? Bestimmt! Hey, was ist hier im Schacht drin? Hier ist ein Klo einfach nur! Hier kannst du was aufheben! Ich hab meinen Beutel schon voll! Wirklich? Mhm! Vielleicht hier hoch, Braxie! Oh, hab ich mich erschrocken! Hier? Hast du schon was gefunden? Hier ist falsch! Wo bist du? Nee! Ich komm jetzt zu dir! Du musst doch nur hier hochgehen! Undi, was machst du da? Mann, wo bist du? Ach, da bist du! Komm mit, schnell! Hier ist ein Energie... Nochmal eins! Was ist hier drüben? Hä? Hä? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Der Mörder ist abgehauen, Braxie! Haha! Mega cool! Das war ja super easy! Und wir haben sogar Münzen bekommen! Genau! Okay! Leute, das war mega affencool! Äh, Odi? Was denn? Du stinkst! Tick, du bist! Warte, du Blödmann! Ich werd gleich dein Mörder! Aber nicht dich! Aufessen, du Blödmann! Oh, das hast du jetzt nicht gesagt! Geh weg! Bleib stehen! Ha! Ausgeträgt, du Blödi! Na komm her, du Blödmann! Ich erwisch dich noch! Was gibt's denn hier? Dick! Haha! Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir? Wasseraufbereitungsanlage! Ich hab das links oben genommen! Das sieht aus wie so... Ach, okay! Wasserautenjob-Anlage! Was soll das denn mit einer Anlage? Du kannst nicht mal reden! Mann, ich... Lesen ist voll schwer, du Blödmann! Die... Die... Die hat mir ein Schwert gegeben, glaub ich! Wie, die hat dir ein Schwert gegeben? Oh, oh! Mörder ist... Odi! Hä? Schon wieder der? Das ist voll unfair! Ist das das Chicken gewesen? Mhm! Der ist schon wieder der Killer! Oh, der war übelstark! Aber jetzt ist unsere Zeit zu beweisen, dass wir besser sind als er, Odi! Du hast recht, Brexie! Komm schon! Bist du? Wo bist du? Oh, ich bin in einem Schacht oder so! In einem Schacht? Ja! Hä? Oh! Ich bin oben! Ich geh mit meiner neuen Freundin! Hä? Du hast eine Freundin? Es ist rot! Bei mir nicht! Wo bist du denn? Oh nein! Oh, ich seh Odi! Odi, ich komme! Nein! Odi darf nicht! Oh, es ist rot! Das wird rot! Nicht rot, darf kommen! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Hilf mir! Ich komme, Odi! Ich bin da! Ich bin da! Bleib stehen! Ich bin da! Bleib doch stehen, du Blödmann! Hilf mir! Komm! Danke! Lauf! Lauf, Odi, lauf! Oh, es wird rot, es wird rot! Da ist der Mörder! Komm zurück! Bist du sicher? Der Mörder war gerade da oben! Achso, dann ist er ja nicht hier! Bist du? Ich weiß nicht! Oh, Alter! Da ist er! Lauf! Lauf, lauf! Lauf, lauf! Oh, Mann, ey! Ich hab dir doch gesagt, der ist da unten, du dumm Wollt! Komm hier rein! Geh runter, geh runter! Sehr gut, Odi! Jetzt gehen wir den Leuten helfen, komm! Na gut! Das wird... Da ist er! Da ist der Mörder! Da ist er unten! Okay! Jetzt hier runter springen und dann den helfen, los! Komm schon! Steht auf, steht auf, steht auf, steht auf! Er kommt! Er kommt! Lauf! Lass sie! Lass sie! Bringsi, lauf! Ich laufe mein Leben! Ich laufe mein Leben! Er kämmt hier einfach! Oh, mit dem Energiebeutel kannst du Leuten helfen, Odi! Ehrlich? Ja, mit dem Generator! Dann helf mir, du doof Kopf! Den hab ich aber nicht, du Dussel! Oh, Mann, ey! Was kannst du eigentlich? Er kommt hier! Er kämmt hier, Bringsi! Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Odi, ich weiß! Sie hat mich gerettet! Der jagt mich, Odi! Der jagt mich! Sie hat uns gerettet! Ah, er hat mich, Odi! Ich komm dich, ich komm dich beschützen, Bringsi! Wo bist du? Ehrlich, Odi! Ist er noch bei dir? Weiß ich nicht, ich seh rot... Ah, ich bin im Schacht, ich bin im Schacht irgendwo! Oh, ich komm ganz langsam zu dir! Bleib stehen! Komm zurück, du Dummkopf! Ah, da bist du ja! Oh, Mann, mein Fuß tut weh und mein Arm tut weh! Ah, meiner auch! Komm, wir gehen hier durch! Komm, komm, komm! Lass das mal öffnen, was passiert denn dann? Okay, dann kommt Wasser, Bringsi! Aber das hat... Es wird rot, es wird rot! Oh, lauf! Komm, hier hoch, schnell! Ich bin schon... Oh, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht... Oh, er ist hinter mir! Oh, der hört mich schon wieder! Du bist echt... Schlecht! Ich komm zu dir, Odi, ich geh durch die Tür wieder! Ich bin jetzt weg von ihm! Oh, Mann, ey! Da kommt der wieder! Lauf, lauf, lauf! Was will der von mir? Was will der von mir? Oh, Mann, ey, Bringsi, er will uns aufessen! Will ich hier durch? Komm hier durch, komm hier durch! Wir sind in Sicherheit, komm hier durch! Na los, na los! Nein, wir sind nicht in Sicherheit! Lauf, Odi! Wir müssen ihn austricksen! Nein! Nein, nein, er hat Odi, er hat Odi, der Blödmann! Blödmann hat Odi! Er darf Odi nicht... Oh, Mann! Odi! Wir haben es nicht geschafft, du Dummbarzt! Egal, lass uns den anderen zuschauen, komm schnell mit! Und ich schaue mir jetzt den Mörder an, hinsetzen! Ach, der Blödmann, der ist echt gut, Odi! Oh, der ist echt gut! Oh, der läuft dem hinterher! Der hat ihn gleich! Der trickst ihn aber gut aus, der trickst... Nein, er hat ihn! Oh, Mann, warum ist der so gut? Der ist echt gut, Rex, hier! Okay, ich hoffe, noch eine Minute, dann schaffen es die anderen und dann haben wir gewonnen, Odi! Du hast recht, Briggs, hier! Oh, nein, er läuft ihm hinterher! Ich glaube, er hat ihn gefunden! Oh, ich glaube, auch er hat ihn! Oh, Mann, ey! Na, flucht noch mal! Mann, Leute, wenn ihr mal zusammen mit uns den Mörder besiegen wollt, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da, denn wir spielen auch sehr oft mit unseren Zuschauern und es macht richtig viel Spaß! Oh, lauf! Lauf um dein Leben! Bitte, lauf! Du bist schneller als er, du musst doch nur laufen! Und er hat ihn! Dann noch 30 Sekunden und dann entscheidet es sich, sind wir die Sieger oder der blöde Mörder? Die Türen haben sich geöffnet! Hä? Einer ist entkommen! Ja, wir sind entkommen! Wir haben es geschafft, Briggs, hier! Leute, das war es jetzt erstmal mit den Mördernden, Odi und ich haben eine andere Mission! Stimmt's, Odi? Genau, Briggs, hier! Ich habe keine Lust mehr auf Horrorclowns! Apropos Horrorclown, wir müssen jetzt wieder zu einem Horrorclown und wir brauchen deine Hilfe! Also schau das Video bis zum Schluss! Komm mit, Odi! Na los! Oh, Leute! Briggs, wir müssen uns beeilen! Ich weiß, komm schon! Oh, siehst du, siehst du den Horrorclown? Oh, ich will gar nicht reingehen, Briggs hier! Aber wir müssen, sonst werden wir aufgefressen! Du hast recht! Okay, komm, wir müssen hier durch! Du musst dich beeilen! Aber, wow, hast du das gehört? Das war richtig gruselig, Briggs! Ich glaube, wir müssen in die Gruselbahn einsteigen! Aber der wird nicht losfahren! Wir müssen hier raus! Komm mit! Wir müssen hier rüber gehen! Oh, schau dir das an! Wow, Briggs, wir müssen uns beeilen! Siehst du, da ist ein Luftballon da drüben! Siehst du den? Oh, ich sehe ihn! Okay, wir müssen rüberspringen! Sei vorsichtig, hier ist Lava! Sollten wir das Lava berühren, werden wir sterben! Oh, aufpassen, Briggs hier! Ich habe es geschafft! Wo bist du? Ich bin genau hinter... Ich war hinter dir, du Blödmann! Bist du runtergefallen? Das ist gar nicht witzig! Komm schon, der Clown kommt gleich! Und wenn der uns gefangen hat, dann kommen wir hier nicht mehr raus! Hier ist ein Luftballon! Warte mal, denkst du? Oh, der Luftballon bewegt sich, Briggs von selbst! Er ist geplatzt! Der ist hier unten geplatzt, was ist hier? Wow, schau mal! Hier sind Zähne, Odi! Oh, ich glaube, wir sind im... Ist das der Bauch von dem Clown? Ich glaube schon! Wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen da nicht reinfallen! Warte, und hier! Und Sprung! Hier sind Luftballons, das schaffst du, Odi! Oh, die Luftballons machen Geräusche! Die quietschen! Wie cool! So, hier rüber! Komm schon, Briggs, hier nicht runterfallen! Und Sprung! Das war knapp! Komm schon, Odi! Hast du es geschafft? Ich bin da, ich bin da! Schnell, hier durch! Siehst du, wie eine Art Boiler-Room... Hä, was... Oh, Odi, schau mal! Da ist Feuer überall! Wir müssen warten, bis das Feuer weggeht! Komm, und... Lauf, lauf, lauf! Ah, Odi, du musst vorsichtig sein! Na gut, ich komm schon! Und... Los, los, los! Und... Los, 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 Odi! Los, 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 los! Ah, okay! Okay, wir müssen hier rüber springen! Oh, das sieht so tief aus! Schau mal, da unten ist Nebel! Oh, da ist richtig viel Nebel! Das heißt, dass da... Das geht voll weit nach unten, Briggs hier! Ja, deswegen müssen wir vorsichtig sein! Schau mal, da sind Hände, die uns packen! Oh, das sind die Clowns-Hände, Briggs hier! Okay, nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt beeilen! Der Clown könnte jeden Moment hinter uns sein! Und dann sind wir für immer eingefangen! Oh, nee, das will ich nicht, Briggs! Du weißt doch, ich bin ein Angsthase! Ich weiß! Ach so, Leute! Wenn du mal zusammen mit mir und Odi spielen möchtest Roblox, musst du nur den Kanal abonnieren und ein Like da lassen! Und schreib mir gerne deinen Roblox-Namen unten in die Kommentare, denn ich will ganz viele Freunde haben in Roblox! Okay, Odi, wir müssen uns konzentrieren! Weiter geht's! Schau mal! Warte! Und... Lauf, 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 lauf! Stopp! Und... Lauf, 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 lauf! Stopp! Ah, Odi, hinter dir! Wow, was ist das? Wer ist das denn? Wie sieht der denn aus? Mann, der ist voll gruselig, Briggs, hier! Okay, egal! Wir müssen hier schnell rüberspringen, so wie der! Der ist ja richtig schnell! Das ist ja richtig krass, wie der das gemacht hat! Vielleicht kennt der sich hier schon aus, Briggs, hier! Nein, ich bin unten! So, und jetzt nach oben, Odi, komm! Ja, ich komm schon! Was geht jetzt denn? Aua, ich bin runtergefallen! Kann ich auf dich warten? Nein, mach weiter, Briggs, hier! Und? Ich bin gleich oben, Odi! Beeil dich bitte nicht, dass der Clown kommt! Ja, ich beeil mich schon! Und... Oh, oh! Ich bin fast runtergefallen! So! Hier hoch! Oh, Leute, das ist echt schwierig! Ihr müsst das unbedingt auch ausprobieren! Wow! Oh, das war ganz knapp, Odi! Ich warte hier auf dich! Ich bin gleich da, Briggs, hier! Du schaffst das, Odi! Ich glaub an dich! An unsere Freundschaft! So, perfekt! Okay, Odi, das ist ein ganz dünnes Rohr! Oh, oh, wir müssen hier balancieren! Was schaffen wir? So, und jetzt hier rüber... Oh, Vorsicht, 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 Briggs, hier nicht runtergucken! Schau mal, wie tief das geht! Nicht runtergucken, hab ich gesagt! Okay, ist ja gut, beruhig dich! So, hier rüber... Oh, wir haben's gleich, Odi! Und? Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Oh, das war knapp! Komm hoch! Wir haben's geschafft! Wir haben's ja echt geschafft! Oh! Du blöder Clown, klappst uns gar nicht! Es geht weiter! Oh, ich glaub, ich hab ihn grad gesehen, behalten! Ich frage sie hier! Schau mal, hier sind Segen! Oh, nein, Odi! Du solltest doch nicht berühren, du Trottel! Mann, ey, das ist voll schwer! Rüber! Okay, und rüber! Und rüber! Rüber! Sehr gut, Odi! Was erwartet uns? Wir müssen da durch, ich will da nicht durch! Wir müssen da hoch! Oh, nee! Warte mal, ist das schon die Freiheit? Hä? Nein, das ist nicht die Freiheit! Ich glaub, es geht weiter, Brexie! Ich kann einen Clown hören! Geh auf das Riesenrad! Beeil dich! Der Clown kommt! Nein, es ist ein Clown! Wow! Ah, hier ist ein Clown! Wow, das ist ja... Lauf zum Riesenrad, Brexie! Ich lauf ja schon! Odi, komm! Der hat mich! Oh, mich auch! Aber wieso hat er mich? Oh Mann, der ist voll schnell, Brexie! Okay, lauf, Odi! Komm schon, komm schon, komm schon! Austricksen! Und zum Riesenrad! Los, 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 los! Ich komm schon! Oh Mann, der hat mich schon wieder, Odi! Ich lebe noch, ich lebe noch, Brexie! Du schaffst das, los! Du musst unbedingt zum Riesenrad, Odi, lauf! Bist du drauf? Ich bin drin! Oh, er ist mit ins Riesenrad gekommen! So ein Blödmann! Ich bin drin! Er ist... Ich hab's geschafft, Odi! Haha! Ich bin entkommen! Oh, sehr gut, ich komme, Brexie! Hier! Beheil dich, Odi! Du schaffst das! Muss ich denn jetzt hier raus? Odi, wo bist du? Mann, es ist voll schwer! Ich glaub, ich muss hier... Ah! Oh, nein! Ich bin runtergefallen, Odi, komm! Oh, Brexie! Nein! Ich bin runtergefallen, Odi! Och Mann, ey! Ich hab's, Brexie! Ich hab's! Sehr schön! Du schaffst das, Odi! Ich schaff das auch! Leute, er wird mich niemals kriegen! Der blöde Mann! So, und hier rein! Oh, geh weg! Ah! Mann, Odi! Mann, was kann ich denn dafür? Jetzt aber, jetzt schaff ich das! Und nach rechts laufen! Ich warte hier oben auf dich, Brexie! Bist du schon oben? Ich bin oben, ich bin oben! Sehr schön, Odi, sehr schön! Okay, ich muss jetzt einfach dieses Riesenrad hier nehmen! Ha! Oh Mann, Odi! Mann, beeil dich! Der kriegt mich die ganze Zeit! Okay, ich muss da weglaufen! So! Oh, 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 oh! Ah! Der ist hinter mir, Odi! Lauf, Brexie, lauf! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Odi! Odi, was soll ich tun? Laufen und ins Riesenrad streichen! Das sagst du so einfach, du Blödmann! Der ist direkt hinter mir! Du hast es doch schon mal geschafft! Ja, aber das ist jetzt schwieriger, als du denkst! Oh Mann! Odi! Soll ich runterkommen? Nein, du kannst mir doch nicht helfen! Jetzt schaff ich das! Ich schaff das! Er kriegt mich nicht! Odi, ich schaff das! Glaub an mich! Gib Gas, ich glaub an dich! Und sprung! Mann! Oh, Odi, ich hab's geschafft! Aber wo muss ich jetzt hin? Na, endlich! Jetzt komm erst mal hoch! Du musst erst mal hochfahren! Und dann kannst du hier gleich rausspringen! Siehst du mich hier? Okay, wie spring ich da jetzt raus? Warte, einfach rausspringen! Einfach zu mir jetzt springen, springen! Wow, geschafft! Okay, wir sind den Clown entkommen! Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein! Oh, oh! Wenn das jetzt bricht, das ist nur Holz, Odi! Was dann? Oh, dann fallen wir runter zum Clown! Deswegen, beeil dich! Ich geb mein Bestes! So, ich bin da! Jetzt müssen wir hier raufspringen! Wir sind wieder die lustigen Ballons, Braxy! Da, und Sprung! Und jetzt müssen wir hier hochgehen! Hä? Was will der? Es gibt nur einen Weg nach unten! Springe auf die Dropfahrt! Was meint er damit? Kann das nicht, Braxy! Das Ding hier fährt ganz schnell nach unten! Wo sollen wir denn raufspringen? Wir müssen da drauf! Okay, oh, ich sitze! Sitzt du auch? Ja, ich sitze! Wow! Wow! Das geht wieder hoch! Aua! Hast du das gehört, Braxy? Das war der Clown! Der muss hier irgendwo sein! Das war der Killer-Clown! Beeil dich! Oh, schau mal! Oh, die sind Fallen! Okay, warte! Warte! Und lauf! Aua! Oh nein, die Fallen haben dich, Odi! Komm schnell! Und lauf! Oh, sehr schön! Okay! Oh, nein! Und nein! Und nein! Oh, ich trau mich nicht! Komm schon, komm schon! Du musst springen! So, sehr gut! Wow! Schau mal! Das sind voll die großen Klingen! Egal! Wir müssen hier... Jetzt! Lauf! Und lauf! Aua! Das hat wehgetan! Oh, Braxy! Ich kann da doch nichts! Ich muss von neu anfangen! Ich auch! Ich hab's auch nicht geschafft! Okay, Odi! Los! Und los! Ah! Du schaffst das! Ich hab's schon! Ich bin hinter dir! Komm schon! Sehr schön! Aua! Odi, komm! Ich warte hier auf dich, okay? Ja, ich beeil mich! Oh, hier sind so Morgensterne! Und da ist, glaub ich, der Ausgang, Odi! Beeil dich! Komm schon! Wo bist du? Ich komm, Braxy! Ich komm! Ich seh dich! Sehr schön! Nur noch einer! Jetzt! Ah, hä? Mann, Odi! Wie ist es zugegangen so schnell? Ich geh mal weiter, okay? Okay, geh weiter! Ich komm sofort nach! Und? Los geht's! Und... Aua! Oh, in den Abgrund bin ich gefallen! Ach, Braxy! Was ist hier? Was denn? Aua! Das hat schon wieder wehgetan! Mann, das ist blöd! Nein, ich möchte kein Dino kaufen! Und... Rüber! Ey, Mann! Odi! Ich komm schon! Und rüber! Das ist doch voll einfach, Briggs! Aua! Das ist nicht einfach! Das ist voll schwer, weil ich nicht weiß, wie groß die Kugel ist! Und... Rüber! Los! Hä? Wie machst du das? Mann, du musst deine Kamera ganz nach draußen machen! Ganz nach draußen? Die ist ganz nach draußen! Ich hab's geschafft! Mann! Odi, du veräppelst mich! Du bist so ein Blöd, Mann! Ich schaff das! Oh, Mann! Ah! Odi! Mann, jetzt komm schon, Braxy! Du schaffst das! Odi! Wenn ich nochmal sterbe, verliere ich! Nicht sterben, Braxy! Nicht! Okay! Odi, sag, wenn ich springen soll! Du schaffst das! Warte, warte! Jetzt! Jetzt! Oh, Mann! Du hast jetzt gesagt, ich hab dir vertraut! Ja, du musst doch auch selber gucken! Okay, ich schaff das! Und jetzt! Oh, oh, oh! Okay, ich schaff das! Und jetzt! Oh, 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 oh! Oh, sehr schön! Okay! Endlich, Braxy! Was müssen wir jetzt machen? Ein Portal! Was ist das? Ein Portal! Okay, dann lass uns da durchgehen! Oh, bist du dir sicher, Braxy? Ich glaub, das ist kein gutes Portal! Oh, hier sind überall Knochen! Komm schon! Oh, oh! Odi, du darfst hier nicht runterfallen! Warte mal, Braxy! Aua! Was denn, Odi? Ah, hier hinten kann man nicht lang! Oh nein, das wird richtig schwer! Aua! Und Sprung! Du schaffst das, Odi! Oh, Mann! Das ist unfair! Ja, Odi, du Blödmann! Du bist ein Blödmann! Aua! Du bist runtergefallen! Der Clown wird dich jetzt aufessen! Nein! Nein, ich will das nicht! Hm? Das muss wehtun, steht da! Ah, okay! So! So! Ich hab's gleich, Odi! Wie sieht's bei dir aus? Ich komm dir hinterher! Ach, nee! Ich bin mir dann runtergefallen! Ah! Ich hab's geschafft, Odi! Hä? Äh, wie das denn? Mit ganz viel Glück! Ich muss jetzt hier rüberlaufen, Odi! Und das ohne dich, leider! Tut mir leid! Ah, gib Gas! Wir müssen hier raus! Oh, oh! Okay! Oh, das ist so warm! Das ist so warm! Oh! Oh! Ich hab's geschafft, Odi! Sehr gut, Braxy! Darfst du's? Ja, ich schaff's! Okay, sehr gut, Odi! So! Oh! Oh! Ich bin da, Braxy! Oh! Das ist gleich richtig schwierig, Odi! Du musst wirklich aufpassen! Na gut! Ja, bist du! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Das ist voll einfach! Hm, warte! Gleich wird's richtig schwierig, Odi! Das sind dünne Rohrstäbchen! Hast du's? Mann, der klettert nicht! Oh, du Blödmann! Okay, Leute! In der Zeit, wo Odi versucht, hier rüber zu kommen, würde ich euch bitten, wenn ihr das Video einmal liked, falls ihr das noch nicht geliked habt! Und, äh, falls du auf den Fernseher schaust... Hi! Ich bin auf deinem Fernseher! Das ist ja voll cool! Okay, und noch eine Sache! Falls du Mini-Braxy noch nicht kennst, das ist mein eigenes Kuscheltier! Und wenn du ein Mini-Braxy haben möchtest, dann musst du schnell sein! Der ist super groß! 55 Zentimeter! Und zu jeder Bestellung gibt es noch eine Autogrammkarte! Also, worauf wartest du? Beeil dich! Sonst sind die alle ausverkauft! Okay, Odi! Schaffst du's endlich? Nein! Was machst du, Blödmann, denn? Mann, das ist voll schwer, du Doofkopf! Wie hast du das geschafft? Oh, ich hab's schon! Mit ganz viel Köpfchen! Das, was du nicht hast! Mann, hier sind voll die dünnen Rohre! Hab ich doch grad gesagt! Außerdem sind das Rohrstäbchen, du Blödmann! Du bist ein Ohrstäbchen, du Blödmann! Odi, wenn du das schaffst, kriegst du 100 Robux von mir! Wirklich? Mhm! Du fällst jetzt wieder runter! Leute, Odi ist so ein Dussel, er schafft das einfach nicht! Würdest du diesen Parcours schaffen? Hm, ich bin echt gespannt! Odi fällt die ganze Zeit da runter! Ey, mach doch einfach weiter, du Blödmann! Okay, ich geh weiter! Hier ist der kleine Junge mit dem Luftballon! Ich frag mal, was der von mir will! Dieses gelbe Feuer wird dich wirklich schnell laufen lassen! Oh, oh, Odi! Hast du's endlich? Na klar, ich bin gleich da, Brakes, hier! Ich hab dich so ausgedrückt, eigentlich bin ich Profi! Naja, Profi, von wegen! Wow, Odi! Du musst schnell laufen! Wir sind richtig schnell! Boah, das ist ja mega cool! Ich bin einfach Superflash! Sü! Okay, wir haben's gleich, Odi! Odi, hier ist ein Schloss! Oh, ich bin da! Bist du Blödmann? Bist du schon wieder runtergefallen? Ja! Leute, Odi ist schon wieder runtergefallen! So, ein Dussel! Ich lauf mal weiter, Odi! Sehr gut! Was will der kleine Junge von mir? So, dieses blaue Feuer wird dich höher springen lassen! Oh, Odi, wir können gleich richtig hoch springen! Komm! Ich komm, ich komm, ich komm! Und Sprung! Wow, wie cool! Das ist richtig cool, Brakes, hier! So, und Sprung! Wir haben's gleich, Odi! Wir sind gleich in Freiheit! Und dann kann uns der böse Killer klauen nichts! Du hast recht, Brakes, hier! Achso, ich muss hier rüber gehen! So, und jetzt da! Darfst du das, Odi? Na klar schaff ich das! Na, so klar war das eben nicht, du Dussel! Na klar! Hier oben! Ich hab's geschafft! Ich komm, ich komm, ich komm, Brakes, hier! Nein, hier ist wieder so ein Portal, Odi! Wo bleibst du denn? Mann, das ist voll lange! Ich seh nicht! Spring jetzt musst du hoch! Spring nur hoch! Genau! Sehr gut, Odi! So, wir müssen jetzt... Das macht uns schneller, Brakes, hier! Das ist doch das gelbe Feuer! Und los! Wow! Und? Wohin? In den Vulkan rein! Hä? Wir haben's geschafft, Odi! Wir haben's echt geschafft, Brakes, hier! Oder? Haben wir's wirklich geschafft? Oh, oh! Nein, das haben wir nicht! Wir müssen da durchgehen! Immer noch gefangen, Brakes! Ich will da nicht rein! Mann, wir gehen da jetzt rein! Ah, schnell! Wow! Oh nein, wir dürfen die Linien nicht berühren, Odi! Spring! Das ist einfach! Die haben deine Farbe, Odi! Schau mal! Stimmt! Das ist meine Farbe! Und du bist blöd, Mann! Der Raum wird immer kleiner und kleiner! Hast du das gesehen? Ja, das war voll komisch! Okay! Wow! Das sieht echt komisch aus! Odi, wo bist du? Genau hinter dir! Oh, hier ist eine Tür! Oh, ich bin durch! Ich bin genau vor der Tür explodiert wegen dir! Oh, oh, oh! Die hier sind so komische Fallen! Aua! Mann, die hat mich berührt! Wir müssen es schaffen! Odi, schaffst du's? Na klar, ich komm schon, Brakes, hier! Okay, ich geh schon mal weiter! Sag mir, wenn du da bist, Odi! Ja, sofort! Oh, hier ist eine Tür mit einem Fragezer... Au, au! Das ist doch gemein! Der blöde Clown hat überall Fallen platziert! So, Leute, wir müssen... Oh, Mann! Ich raste gleich aus! So, wir haben's gleich! Oh, Freunde, das ist echt schwierig! Ich frag mich gerade, ob du das schaffen würdest! Ah, so, das wird... Ah! Mann, Odi! Schau mal, wie schwer das wird! Du wirst gleich... Aua! Siehst du? Man denkt, du kommst da durch, aber man kommt da nicht durch! Man muss wirklich balancieren! So, ich hab's geschafft, Odi! Sehr gut, Brakesi! Ich komm jetzt auf! Okay, ich geh schon mal weiter! Wow! Was ist das denn? Du musst schnell sein, Odi! Ich komm schon! Mann, das ist echt schwierig! Was ist das denn? Oh, nein! Wir müssen da irgendwie rüberkommen, Odi! Das ist einfach, Brakesi! Okay, los! Ich bin drüben! Hahaha! Und geschafft, Brakesi! Ich warte hier auf dich! Okay, Odi! Und fertig! So! Oh, das war einfach! Was ist das denn? Das ist ein Laufband! Aber wir müssen... Aua! Lauf! Lauf, 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 lauf! Warte, Odi! Spring! Wenn du springst, bist du schneller! Okay! Oh, das ist richtig gut, Odi! Warte! Und... Und... Sprung! 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 Sehr gut, Odi! Du schaffst das! Oh, nein! Hast du's geschafft? Nein, das ist voll schwer! Sprung! 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 Und... Sprung! 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 Und... Ich schaff das! Nein, ich schaff das nicht! Komm schon, noch einmal! Sprung! 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 Ich hab's geschafft, Odi! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Sehr gut, pass auf das rote auf! Sehr gut! Ich hab's geschafft! Okay! Ah, was ist das denn? Hier, schau mal, eine Achterbahn! Ich glaub, wir sind frei! Och, nee! Sprung auf die Achterbahn und lass uns hier raus! Ja, Odi! Oh, komm schon, Braxy! Steig ein! Oh, oh! Und los geht's! Wow! Achterbahnfahrt! Das wird richtig cool! Oh, ho, ho, ho! Odi, nimm die andere Achterbahn, okay? Ja! Oh, und es geht nach unten! Wow! Wie cool! Das macht voll Spaß, Briggs! Schau mal, unten ist noch der Horrorclown! Oh! Leute, habt ihr den Clown gesehen? Der ist da unten! Oh, oh! Nein, 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 nein! Haben wir es geschafft? Und? Oh, oh! Wow! Aua! Hä? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Odi! Wir haben es geschafft, Briggs hier! Juhu! Leute, wir haben es geschafft! Das ist ja mega cool! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da! Und vergesst nicht, meinen besten Freund Odi abzuchecken! Der macht auch coole Roblox-Video! Und bald ist Weihnachten! Das wird richtig cool! Also, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Praxie abonniert! Praxie bitte! Praxie abonniert! Praxie bitte! Praxie abonniert! Praxie bitte! Der Name macht den besten...